Ah, kleine Mädchen, ne? Die sind schon, ähm... Hold on, hold on, hold on! Hm... KINNESS! Was geht bei euch ab? Wie ihr es euch gewünscht habt, ein weiteres Try Not To Laugh... Video. Diese Challenge will ich auf jeden Fall als Sieger verlassen und auf keinen Fall lachen. Ich hab ein letztes Mal schon meine Nicht-Lach-Muskeln ziemlich stark geschult und ich würd' sagen, das kann jetzt einfach nur hervorragend laufen, los geht's! Okay... Alles ist gut, ich hab' nicht gelacht. Ich hab' nicht... Scheiße, fuck! Ich hab' das gar nicht richtig gesehen, dass er sich im Hintergrund in die Augen gespritzt hat! Guck dich das an! How are you people? Ich sehe schon, was passiert! Oh, was passiert denn da? Ich würd' jetzt nicht typisch Frau sagen! Deswegen sag' ich's nicht! Was macht dieser kleine Junge da? Leute, ich hab's drauf! Und der Pfanne! Väter sind solche Arschlöcher, oder? Okay... Übrigens... Ich hab' gerade eben nicht gelacht, erstens. Und zweitens... Wundert euch über zwei Sachen nicht! Erstens, ich weiß, die Webcam macht mich manchmal rot und manchmal weiß. Und ab und an auch grün, je nachdem wohin ich gehe. Es sieht ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, wie die Autofarben-Verstellung da ist. Manchmal hab' ich auch voll rote Lippen. Ich wurde schon gefragt, ob ich Lippenstift in den Aufnahmen benutze. Und da kann ich immer wieder betonen, ja, aber einen ganz dezenten. Ready? Go! Und die Mutter lacht direkt auch. Krass, wie du meinst. Bitte! Bosei! Oh, Mom! Oh, Mom! Die Mutter direkt... Das geht! Es ist so schade, das sind so geile Sachen mit Musik. Aber ich kann's euch ums Verrecken nicht zeigen, weil ich dann gebumst werd. Mann! Ich dachte, die Flasche fällt irgendwie raus oder sowas. Ich hab' da gar nicht drauf geachtet, was mit dem Kopf passiert. Oh! Oh! Noch einmal ohne lachen... Also noch einmal ohne lachen... Ach fuck man Kleiner Junge Tu mir das nicht an Tote Katzen Tote Katzen Tote Katzen Babys Tote Katzen Babys Tote Katzen Babys Ich hab's geschafft gerade mal Gabriel Gabriel alles klar Es ist nicht so dass ich gelacht hätte aber Gabriel du Dummkopf Da kann man als Mann einfach nicht drüber lachen Darüber schon Oh mein Gott nein Das sieht nach einer ziemlich behinderten Idee aus Lassen wir das Schicksal seinen Lauf nehmen Au Was passiert hier Was vermögen diese kleinen Kinder Das war gar nicht witzig Wie kann dieses kleine Kind Daraus eine lustige Situation machen Ich kann das nicht ganz vielleicht Geht das so einfach Kann man sich einfach selbst an den Kopf schießen Ja Es geht Au Wie sie guckt Mutter Du hast mich verlassen Was haben wir denn da Tomaten Oh 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 no Der Opa Oh Oh no Was ein Drecksacks hat er doch mit Absicht gemacht Guck mal wie er schon guckt Dir zeig ich's Guck mal er beißt richtig die Zähne zusammen Weil er soll richtig sich anstrengen Das Kind ist stark Ich weiß schon was passiert Kleine Mädchen ne Die sind schon Das ist ja schon fast ein Trick den man drauf haben muss Oh 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 Bis zum nächsten Mal.